Jetzt hat man gerade einen telefoniert und hat mir am Telefon gesagt gehabt, der Helmut Kohl von Deutschland, der Bundeskanzler, also der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, sei an Ebola erkrankt. Ja, wer das glaubt, wird selig. Es könnte rein theoretisch schon möglich sein, aber ich glaube nicht, dass der an Ebola erkrankt ist. Und sonst muss man halt möglichst schnell ein passendes Medikament einwerfen und dann ist das schon wieder gesund. Also so tragisch würde das wohl nicht sein mit dem Ebola. Ebola ist mehr Krankheit, die man in Afrika könnte und da in Europa weniger hat. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Fake News gewesen von irgendeinem Telefonverkäufer, wo da irgendwie die Leute belästigen will. Oder die Leute, die da...